Im heutigen Video bauen wir diese coole Animation hier, allerdings geht dieses Video eigentlich gar nicht so sehr um diese Animation, als mehr um die Erklärung des Prozesses dahinter. Also wie genau bauen wir CSS-Code, der am Anfang die Funktionalität, die wir uns vorstellen, erfüllen und am Ende jedoch richtig sauber aussieht. Also wie können wir unseren geschriebenen CSS-Code verbessern? In diesem Zusammenhang gehen wir auf Mixins ein, wie man die in SCSS verwendet und auf andere Spielereien wie Schleifen, Funktionen und alles, was damit zusammenhängt. Also los geht's! So, dann legen wir mal los mit dem Video. Grundsätzlich starten wir wie immer mit der Erklärung meines Setups. Ich habe nichts vorbereitet, hier in der Seite seht ihr aber meine Standardentwicklungszugebung, die findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt, dort könnt ihr genau hier loslegen. Ansonsten sehen wir hier in der Seite Chrome und wenn ihr Fragen oder Probleme habt, unten in der Videobeschreibung findet sich die Community auf Discord, dort könnt ihr einfach reinjoinen, Hallo sagen, eure Fragen stellen und ansonsten, ja, legen wir jetzt mal los, weiter geht's, viel Spaß! So, das Erste, was wir für unser Tutorial brauchen, ist natürlich ein bisschen HTML-Code. Das erzeugen wir uns hier in der Index-HTML. Diese öffne ich mir jetzt einmal und erzeuge mir hier eine Diffbox mit der Klasse Container. Innerhalb unserer Container-Klasse brauchen wir jetzt eine zweite Diffbox mit der Klasse Column, allerdings dreimal. Deswegen habe ich mir jetzt drei Columns erstellt. Grundsätzlich innerhalb unserer Diffbox Column, beziehungsweise die Diffbox mit der Klasse Column, haben wir eine weitere Diffbox mit der Klasse Item und der Klasse Item-1. In dem Moment habe ich die erstellt und das Ganze brauchen wir jetzt dreimal. Also ich erzeuge mir jetzt hier zwei weitere Diffboxen und das Ganze natürlich auch für Column 2 und Column 3. Grundsätzlich kopiere ich mir das jetzt einfach mal hier rein und habe jetzt hier Column, Column 2, Column 3 und damit das alles korrekt ist, kopiere ich mir hier oben noch Column 1 rein. Ihr braucht also dieses HTML-Konstrukt, wo wir eine Diffbox haben mit der Klasse Container, drei Diffboxen mit der Klasse Column und dann Column 1 bis 3 und hier drin drei Diffboxen mit der Klasse Item sowie der Klasse Item 1 bis 3. Grundsätzlich ist das auch schon alles und das nächste, was wir brauchen, ist SCSS bzw. CSS und das kommt im nächsten Kapitel. So, dann legen wir mal los mit dem spannenden Teil und zwar SCSS bzw. CSS. Hier fangen wir als erstes an, unseren Container zu benutzen, um alle unsere Spalten in einer Row nebeneinander anzuordnen. Um das besser zu verdeutlichen, erzeuge ich mir hier eine Hintergrundfarbe, nämlich rot und um das überhaupt sehen zu können, sage ich als erstes mal weiter 100% und Höhe einfach mal 5rem. In dem Moment sehen wir hier einen roten Balken. Was wir brauchen, ist jetzt hier drin ein Abstand zwischen unseren einzelnen Spalten, das mache ich über Gap und dann müssen wir unsere einzelnen Columns positionieren. Das mache ich über die Klasse Columns und sage hier drin, würde ich gerne alle unsere Elemente in einer Column untereinander anordnen. Das nächste, was wir hier brauchen, ist ebenfalls ein Abstand sowie eine Weite. Wenn ich jetzt hier sage Background Color, zum Beispiel Yellow, dann sehen wir, dass unsere drei Spalten direkt nebeneinander sind. Hier drin wiederum haben wir ja unsere einzelnen Items und unsere einzelnen Items wiederum haben auch eine Weite von 100% und in meinem Fall sage ich mal eine Background Color, zum Beispiel von Aqua. Das speichere ich mir jetzt ab, wir sehen hier aber nichts. Unsere einzelnen Elemente haben nämlich alle unterschiedliche Höhen, wie ihr seht. Und das müssen wir jetzt als erstes positionieren. Unsere Columns wiederum haben ja zum Beispiel die Klasse Column1 bis 3, die Items wiederum Item1 bis 3. Wir können das also hier unten positionieren. Indem wir sagen, wir haben hier die Klasse Column, können wir in der SCSS-Syntax mit und-1 die Klasse erweitern. Also dieses und-1 zusammen mit Column würde bedeuten, dass wir diese Klasse ansprechen. Hier drin wiederum können wir ja dasselbe jetzt machen mit den drei Items, zum Beispiel Item1, 2 und 3, wollen wir hier sagen, die Höhe ist 4rem, 6rem, 3rem. Das speichere ich jetzt ab und wir haben hier unsere drei Elemente. Wir sehen aber, dass die relativ gequetscht sind und diese Höhen natürlich nicht mit der Höhe hier wirklich zusammenspielen. Das hängt damit zusammen, dass wir hier oben noch eine feste Höhe drin haben, die müssen wir einmal entfernen und jetzt sehen wir hier unsere drei Elemente. Außerdem würde ich gerne, dass das immer schön zentriert ist und nicht bis zum Rand geht. Um das zu erzeugen, muss unsere Außengrenze unseres Containers nicht 100 width sein, sondern nur 80 width. In dem Moment ist das hier in der Mitte schön positioniert. Wir müssen das jetzt noch für die anderen beiden Columns machen, also Column2 und Column3. Und das geht ziemlich einfach, indem ich ein bisschen cheate und mir das einfach hier reinkopiere. In dem Moment sehen wir, wir haben hier unsere Positionierung, aber die ist noch nicht so richtig, wie es hier ist. Hier ist das irgendwie alles schön kompakt und hier ist das irgendwie ein bisschen verzehrt. Das hängt damit zusammen, dass unsere Columns aktuell alle versuchen, sich ganz nach oben zu positionieren. Also die versuchen alle hier zu starten und ihre Items, ihre Childs dementsprechend zu positionieren. Wir wollen aber, dass die Columns auf der vertikalen und horizontalen Achse ihre Items quasi zentrieren. Und das machen wir über Line Item Center und Justify Content Center. In dem Moment, wenn ich das abspeicher, sehen wir hier wunderbar, wurde alles angepasst. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist hier bei unserem Item einen Border Radius zu setzen, damit wir runde Ecken bekommen. Und was wir auch noch machen müssen, ist ein bisschen optimieren. Wir können hier nämlich einige Sachen rausstreichen. Wir haben hier zum Beispiel Gap 0.5 zwischen unseren Spalten und hier zwischen unseren Items. Wir können hier also einfach reinschreiben Inherit. Inherit bedeutet so wie vererben, also es erbt es vom Parent Element und ihr seht, es hat sich nichts verändert. Wenn wir hier jetzt aber zum Beispiel zwei Rem sagen, verpassen sich alle Abstände an und wir haben so uns Arbeit gespart. Dasselbe könnte man auch lösen über CSS Variablen, aber so geht es am einfachsten, wenn ihr nur ein Layout habt. Dasselbe können wir auch hier machen mit der Weite beispielsweise und das Ganze abspeichern. Grundsätzlich ist das jetzt schon ziemlich gut. Also damit haben wir schon mal unser Layout gebaut. Was wir jetzt machen können, ist die Hintergrundfarben überall entfernen, weil was wir eigentlich machen wollen, ist das hier als Bild zu erzeugen und das ist der nächste Teil. So, aber wie können wir denn jetzt am besten unsere Animation bzw. unser Hintergrundbild hinzufügen? Wir machen das über eine Hintergrundgrafik, wie ich gerade schon gesagt habe und benutzen dafür einfach ein JPG. Dieses JPG blende ich jetzt zum Beispiel einfach hier ein unter Background Image, URL und dann den Pfad zu dem Bild. Bei mir ist der jetzt auf CodePen, weil hier die Demo für dieses Video liegt. Bei euch kann das natürlich auch ein lokales Bild sein. Das ist überhaupt kein Problem und in dem Moment, wenn ich das abspeichere, sehen wir jetzt hier eine Fläche. Die sieht aber noch nicht so richtig gut aus. Das hat den Grund, dass unser Bild einfach nicht korrekt positioniert wird und das können wir ziemlich einfach lösen, indem wir unserem Item sagen, Background Position ist Center Center. Jetzt positionieren wir unser Bild so, dass es genau in der Mitte ist. Allerdings wollen wir, dass alle unsere Grids Elemente dasselbe Bild teilen, weil das Problem ist, wenn ich dieses Bild jetzt mehrfach einsetze, zum Beispiel bei jedem meiner Elemente, dann sehen wir, ich habe überall denselben Bildausschnitt. Ich sehe hier diesen dunklen Punkt, den sehe ich auch hier oben und wenn ich jetzt weitergehe, also das einmal überall hier einbaue, dann sehen wir überall denselben Bildausschnitt und das ist nicht das, was wir wollen, sondern die Bildausschnitte sollen jeweils nur ein Teil der Gesamtgrafik darstellen. Um das zu ermöglichen, nutzen wir ein weiteres CSS-Attribut, nämlich Background Position, also Background Attachment und dann Fixed. In dem Moment speichere ich das ab und dieses Bild, was ihr hier seht, ist jetzt fix positioniert an die Größe eures Screens. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel eine normale Auflösung wie 1029 zu 1080 habt, solltet ihr auch eine solche Grafikgröße im Hintergrund eures Bilds haben. Bei mir ist die allerdings vertikal, weil ich meine Demo ja in einer vertikalen Positionierung habe. Außerdem wollen wir, dass sich das Hintergrundbild nicht wiederholt und wir wollen dafür sorgen, dass die Größe des Bildes so angepasst wird, dass sie das gesamte Bild immer umfasst. Das machen wir mit Background Size Contain. In dem Moment sehen wir, das Bild sieht jetzt so aus wie in unserer finalen Grafik. Bisschen andere Größe, aber sonst sieht es jetzt genauso aus. Aber wie genau können wir denn jetzt diesen coolen Effekt machen, dass sich das verändert, dass die Animation stattfindet, die ihr hier in der Beispielvariante seht. Und das wiederum wird das nächste Kapitel. So, dann wollen wir uns mal damit beschäftigen, wie wir eine Animation hier drin erzeugen können, um diese Hintergrundgeschichte zu bauen. Grundsätzlich brauchen wir hierfür eine CSS Keyframe Animation und das erzeugen wir uns über Keyframe und sagen, diese Animation heißt einfach Background. Also das hier ist einfach der Name. Das erste, was wir hier machen bei 0% ist unser Bild, das erste Bild. Also hier Slider 1. Bei 30% ist es immer noch das erste Bild, also Slider 1. Hier passiert also nichts. Bei 33% jedoch gehen wir zum nächsten Bild, nämlich Slider 2. Und dann geht es immer so weiter. Also wir gehen oder bleiben erstmal beim zweiten Bild, gehen dann zum dritten Bild und erzeugen uns hier quasi eine Liste aller eurer Bilder. Umso mehr Bilder ihr habt, umso mehr müsst ihr hier zuaddieren und das einfach teilen durch die jeweilige Abhängigkeit der Prozentwerte. Das bedeutet, bei 100% solltet ihr bei dem Bild sein, das auch bei 0% benutzt wird. Was wir jetzt machen können, ist diese Animation einfach einzubauen. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier oben hin zum ersten unserer Elemente und statt dem Hintergrundbild, was wir hier vergeben, vergeben wir unsere Animation Background und sagen, die dauert 5 Sekunden und ist Infinite, also unendlich. Das Ganze speichere ich jetzt ab. In dem Moment sehen wir hier, unser Bild wird geladen, unsere Animation findet statt, allerdings nur in der ersten Kachel. Was wir jetzt machen wollen, ist das Ganze natürlich zu erweitern. Wir haben ja nicht nur die erste Kachel, sondern auch das Ganze beim zweiten, zum Beispiel hier und dann beim dritten und das ist hier unten. Und das geht natürlich hier weiter bei allen unseren Bildern. Wenn ich es jetzt überall ausgetauscht habe, dann sehen wir, unser Bild animiert sich als Ganzes einmal durch. Wir wollen das aber nicht, dass es als Ganzes sich einmal durch animiert, sondern wir wollen, dass sich die einzelnen Bilder ein bisschen versetzt bewegen. Das bedeutet, wie hier, verteilen sich ja alle Animationen um so ein paar Millisekunden. Um das zu ermöglichen, benutzen wir neben unserer Duration, die hier vorne mit 5 Sekunden gekennzeichnet ist, zum Beispiel ein Delay, in meinem Fall sage ich mal 150 Millisekunden. Das Ganze müssen wir jetzt auch auf alle unsere Animationen durchspielen, also unsere zweite bei Item 2 wird hier zum Beispiel 274 Millisekunden, das nächste wird dann zum Beispiel 350 und so weiter. Wenn wir jetzt überall unsere Animationsdelays eingebaut haben, ich einmal neu lade, sehen wir auch, unsere Animation funktioniert jetzt wunderbar und sieht genauso aus wie in unserem Beispiel. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, dieser Code hier ist nicht wirklich schön. Er funktioniert, er ist laserlich, aber wir haben hier jede Menge Doppelung drin, wir haben hier das Bild x-mal drin, wir haben hier oben diese Animationsgeschichte mit den Item 1 und hier den Columns und so. Das ist alles nicht schön, das wollen wir jetzt verbessern und das wird das nächste Kapitel, aber erstmal ist hier ein Cut. So, dann legen wir mal los mit dem, was wir verbessern können. Grundsätzlich das erste, was ich hier schon mal sehe, ist ganz hier unten unsere Bilder. Wie gesagt, die werden alle wiederholt, das ist das erste, was wir ändern sollten. Das bedeutet, ganz oben in unserem Code erstelle ich mir ein Root-Element, wo ich drei CSS-Variablen erstelle für unsere drei Bilder, zum Beispiel Image 1, 2 und 3. Hier unten, wo wir unsere Bilder in unserer Animation benutzen, können wir jetzt hingehen und das alles ersetzen, einfach durch die CSS-Variablen und deswegen kopiere ich mir einmal unsere Keyframe-Animation und ersetze diese durch das überarbeitete Konstrukt, wo wir sagen Variable und dann Image 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1. Im Prinzip, das ist schon mal besser. Speichern wir ab, wir können nämlich jetzt unsere Bilder ändern, indem wir nur hier oben eine URL verändern. Das ist schon mal ein Win für unsere Seite. Das nächste, was ich hier sehe, ist, wir haben hier ein Element, nämlich eine Höhe. Wir haben hier unten in unserem Item außerdem unsere Animation, wo wir immer auf Background verweisen, immer auf 5 Sekunden, aber auf eine unterschiedliche Duration, äh, auf einen unterschiedlichen Delay und immer mit Infinite. Das können wir auch überarbeiten und zwar ziemlich einfach, nämlich mithilfe eines sogenannten Mix-Ins. Unser Mix-Ins definieren wir jetzt auch mal hier oben und sagen, wir haben unser Mix-Ins, das nennt sich Item und es hat zwei Variablen, einmal Höhe und Duration. Das müssen wir natürlich noch schließen und hier drin sagen wir jetzt, okay, wir verweisen unsere Höhe und wir weisen ebenfalls unsere Animationen hierzu, allerdings mit der Variablen Duration und, weil wir es gerade können, fügen wir auch noch eine kleine Timing-Function ein. Das bedeutet, wir können jetzt unseren Code, den wir hier unten definiert haben, durch diesen Code ersetzen. Wir sagen also include unser Mix-In-Item und sagen hier eine Höhe von 4 RAM und 150 Millisekunden. Wenn ich das jetzt abspeiche und aktualisiere, sehen wir, alles funktioniert wunderbar, ohne dass Probleme, ja, auftauchen. Wir können jetzt unseren restlichen Code ersetzen, also gehe ich jetzt hin und sage zum Beispiel, hier haben wir unsere nächsten Mix-In-Items und hier unten können wir dann weitermachen und zwar mit unserer Column 2, wo wir ebenfalls unsere drei Items ersetzen können und natürlich auch bei Column 3 können wir unsere drei Items ersetzen durch unsere drei Mix-Ins. Aber auch hier müssen wir überlegen, wir haben jetzt hier unten dreimal Item 1 bis 3 in unserer dritten Column, wir haben hier ein Item 1 bis 3 in unserer zweiten und in unserer ersten Column haben wir überall 1 bis 3. Wir wiederholen uns hier also auch, das müssen wir natürlich ein bisschen verbessern und das können wir auch und zwar, dass wir sagen, okay, wir definieren uns jetzt zum Beispiel diese Variablen, die wir hier definiert haben, als Array. Das machen wir jetzt hier oben einfach mal und sagen unsere Column und dann haben wir hier 4rem, 150 Millisekunden, 6rem, 274 Millisekunden und so weiter. Das sind genau die Werte, die ich hier definiert habe. Wir können jetzt hier oben aber hingehen und sagen, okay, wir erstellen uns ein neues Mix-In, nämlich unser Column. Das heißt, wir erstellen uns hier ein Mix-In, was ebenfalls uns wieder Sachen abnimmt und zwar durch unsere einzelnen Columns durchloopt. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier durch unsere einzelnen Columns durch und sagen hier drin beispielsweise, dass wir jetzt unser Item hier drin ansteuern wollen. Also unser Item 1 ziehen wir unseren Index aus unseren einzelnen Spalten, die wir hier haben, also Index 1, Index 2, Index 3. So erstellen wir unseren Verweis auf unsere Klasse und hier erstellen wir einfach den Verweis auf unser Item, das wir hier oben definiert haben, indem wir über NTH-Child auf 4rem gehen, dann hier hinten NTH-Child 2 gehen wir auf 150 Millisekunden. Das können wir jetzt benutzen, indem wir hier unser Column jetzt kopieren, hier runterscrollen, das hier einmal ersetzen, sagen wir, zack, include Column und hier sagen wir jetzt, okay, wir beweisen auf unsere Column und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und aktualisiere, passiert nichts, weil wir genau dasselbe gemacht haben, nur, dass wir jetzt nur noch eine Zeile Code haben. Das könnten wir jetzt dreimal machen, aber dann hätten wir ja wieder eine Doppelung, weil wir dreimal nutzen wollen. Wir wollen etwas anderes machen und zwar wollen wir dafür sorgen, dass wir im Prinzip diese Spalten, die wir hier haben, also Column 3, wegmachen können. Column 2, wegmachen können. Column 1, wegmachen können. Wir wollen nur noch ein Mixing haben, was uns das alles abnimmt. Das bedeutet, wir ersetzen jetzt hier unser Column durch, ups, das war falsch, ersetzen wir unser Column durch Columns, also durch Spalten. Außerdem haben wir hier nicht nur ein Array mit den drei Werten, sondern wir erstellen uns ein Array aus all unseren CSS-Werten, also unseren gesamten Raster, das wir hier gebaut haben, und gehen jetzt hier unten als erstes durch unsere einzelnen Columns durch, nicht durch unsere Items. Also sagen wir hier, okay, für jede Column, die wir haben, wollen wir gerne durchgehen und für jede Column, die wir haben, wollen wir gerne unsere Zuweisung machen, die wir vorhin in CSS gemacht haben, also und, minus 1 und so weiter und gehen hier dann durch unsere einzelnen Elemente durch. In dem Moment, wenn ich das jetzt speichere, passiert hier aber nichts mehr, weil wir das hier unten noch nicht zugewiesen haben. Das müssen wir jetzt noch machen. Wir gehen jetzt hier in unser Column und sagen, erweitere uns das gerne um unser Mixing. In dem Moment wird das alles aktualisiert und wir haben aus unserem Code jetzt viel weniger Code gemacht. Außerdem haben wir generischen Code. Wir können jetzt hier an einer Stelle in unserem Code die gesamte Animation steuern. Wir können an einer Stelle unsere Animationszuweisung steuern und wir können auch einfach unsere Bilder ersetzen. Das Ganze finde ich schon mal deutlich besser. Man könnte das jetzt noch weiter perfektionieren und beispielsweise die Berechnung für diese Animation an sich basierend auf einem Array machen. Und wer dazu Lust hat, kann das gerne mal in die Videokommentare posten. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Viel Spaß und ciao. Bis zum nächsten Mal.